Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Leonie und in diesem Video wird es um ein Thema gehen, was mir persönlich am Herzen liegt, denn es ist sehr wichtig, ist allerdings im Internet extrem unterrepräsentiert. Und zwar ist es das Thema, was die Folgen davon sind, zu wenig zu essen. Ich bekomme tagtäglich Nachrichten von besonders jungen Mädchen, die mir erzählen, sie essen am Tag 1200, 1400 Kalorien und sie würden so gern mehr essen, aber sie haben einfach riesengroße Angst davor zuzunehmen. Ich habe ja schon mal ein Video darüber gemacht, wie man die Angst vor dem Essen bekämpfen kann. Und auch darin ging es zum Beispiel darum, dass die Priorität falsch positioniert ist. Denn die Priorität liegt bei den meisten, besonders jungen Frauen, aber natürlich auch jungen Männern beispielsweise, auf der Optik und nicht auf der Gesundheit. Dass das zu wenig Essen allerdings gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann, das spricht niemand so wirklich an. Man bekommt natürlich auch von überall her so Einflüsse, aus den Medien beispielsweise, wo man halt gesagt bekommt, so und so viel sollte man essen, wenn man eine Frau isst. Und auch zum Beispiel auf Nahrungsmitteln steht ja eine allgemeine Kalorienempfehlung drauf, von 2000 Kalorien pro Person. Und für Frauen gibt es zum Beispiel eine generelle Kalorienempfehlung von ungefähr 1800 Kalorien pro Tag. Durch diese Einflüsse identifiziert man sich natürlich vielleicht auch mit dieser Nummer. Und es kann durchaus ein Problem werden, weil man dann eben, wenn man über diese Nummer drüber kommt, sich schlecht fühlt. Vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, dass man vielleicht sogar dafür komplimentiert wird, dass man wenig isst. Also hat man zum Beispiel eine Diät gemacht, ungefähr 800 Kalorien und hat vielleicht zwei Kilo abgenommen, auch wenn der Jojo-Effekt da noch nicht da ist, dann kann es vielleicht sein, dass die nächste Freundin sagt, oh wow, du hast so wenig gegessen, das könnte ich ja niemals schaffen, Respekt dafür. Und wenn man dafür natürlich dann auch noch Komplimente und Respekt bekommt, dann kann das durchaus zum Problem werden. Denn zu wenig zu essen kann wirklich ernste Folgen haben. Was genau diese Folgen sind, darüber möchte ich in diesem Video mit euch reden. Zunächst sollte euch klar sein, wenn ihr zu wenig esst oder zum Beispiel über einen langen Zeitraum eine Diät durchmacht, dann gleicht das in etwa einer Mangelernährung. Natürlich ist das nochmal von Person zu Person unterschiedlich, wenn man zum Beispiel sehr darauf achtet, dass man seine Vitamine und seine Mineralien jeden Tag abdeckt und das vielleicht auch supplementiert mit Supplements wie zum Beispiel Alina's Pink Essentials oder Strong, dann läuft man natürlich weniger Gefahr, in so eine Mangelernährung zu kommen. Allerdings ist, sag ich mal, der Otto-Normalverbraucher, also die Durchschnittsperson, durchaus oft damit konfrontiert, dann solche Mangel zu erfahren. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gesundheit. Generelle Folgen, wenn man zu wenig isst, wären zum Beispiel eine Ausgelaugtheit. Also man fühlt sich müde und träge und hat irgendwie gar keine Energie, irgendwas zu tun. Ist ja auch klar, weil der Körper bekommt natürlich zu wenig Essen für die Leistung, die er eigentlich bringen müsste. Das kann dann zum Beispiel auch die Konzentrationsfähigkeit oder die Denkleistung beeinträchtigen. Ich hatte das zum Beispiel damals in der Schule auch, als ich meine Wettkampfdiät gemacht hatte und ungefähr bei 1600 Kalorien pro Tag war. Es hat natürlich auch meine Denkfähigkeit in der Schule zum Beispiel stark beeinflusst. Außerdem kann es zum Beispiel auch zu Darmträgheit kommen, denn ihr esst ja relativ wenig und dadurch verlangsamt sich die Verdauung. und ja, der Darm wird sozusagen träge und der Körper fährt natürlich auch alles so ein bisschen runter und muss dann auf Sparflamme leben, denn man liefert ihm ja nicht genug Energie, damit er das Leben so leben kann, wie er eigentlich sollte und uns mit allen seinen Funktionen bereichert. Logischerweise und besonders, wenn man nicht genug Eiweiß isst, geht damit natürlich auch oft ein Muskelverlust einher. Wenn man jetzt nicht gerade gezielt eine Diät macht, wie zum Beispiel auch eine Wettkampfvorbereitung oder wenn man Kraftsportler ist und halt gezielt sein Training weiter durchführt, die Kraftwerte oben bleiben und man genug Eiweiß isst, dann läuft man auf jeden Fall Gefahr, einen starken Muskelabbau zu erfahren. Und das kann gravierend sein, denn im Endeffekt ist das so ein Teufelskreis. Wenn du wenig isst und dadurch Muskulatur abbaust, dann wird dein Körper nur noch noch weniger verbrauchen, denn Muskulatur verbraucht sehr viel Energie, auch im Alltag, wenn wir uns einfach nur so bewegen oder zum Beispiel spazieren gehen. Und ist eben weniger Muskulatur da, dann braucht der Körper natürlich auch weniger Energie, um die Muskulatur zu versorgen. Und wenn jetzt zum Beispiel das Ziel einer Person ist, abzunehmen und sie reduziert ihre Kalorien immer weiter, baut aber gleichzeitig Muskulatur ab, dann nimmt sie vielleicht irgendwann nicht mehr ab. Und das führt dann halt dazu, dass man noch weniger isst. Aber selbst wenn man keine Diät macht, Muskulatur ist so unglaublich wichtig, denn sie schützt uns natürlich auch jeden Tag und hilft uns in allen möglichen Tätigkeiten. Ich hatte vorhin ja auch schon die Pink Essentials und Strong angesprochen. Darin enthalten sind ja zahlreiche Vitamine und Mineralien, wie zum Beispiel Eisen, Zink, Magnesium, Vitamin B12, Vitamin K2, Vitamin D3 etc. Und diese ganzen Vitamine und Mineralien, die versorgen unseren Körper natürlich auch und sorgen dafür, dass er gesund ist und dass er zum Beispiel auch ein starkes Immunsystem hat. Wenn wir jetzt nicht genug dieser Nährstoffe zu uns nehmen, dann kann es sein, dass unser Immunsystem langsam immer immer schlechter in seiner Leistung wird und wir zum Beispiel auch viel anfälliger für Krankheiten werden. Gerade jetzt im Winter beispielsweise, wenn das Immunsystem nicht gut läuft, dann kann es durchaus sein, dass wir uns schnell mal anstecken und erkältet sind zum Beispiel. Außerdem versorgen diese Mineralien und Vitamine ja auch unsere Haare, Haut und Nägel. Das ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal aufgefallen, der vielleicht eine harte Diät hinter sich gehabt hat. Bei mir war das zum Beispiel auch in der Wettkampfvorbereitung so. Die Nägel werden brüchig, die Haare werden splissiger und dünner und fallen vielleicht sogar aus bei vielen Personen und die Haut wird unrein. Gerade eben hatte ich ja auch schon mal angesprochen, dass der Körper auf Sparflamme fährt. Damit ist gemeint, dass er sozusagen alle nicht überlebenswichtigen Funktionen ausschaltet. Zum Beispiel gehört auch teilweise dazu die Hormonproduktion oder auch die Reproduktionsfunktion. Die Hormone steuern unglaublich viele Prozesse im Körper. Aber eine wichtige Sache, die zum Beispiel dadurch passiert ist, dass höchstwahrscheinlich eure Libido abnimmt. Das heißt, die Lust oder das Verlangen nach Sex oder sexuellen Aktivitäten sinkt. Außerdem, und das ist extrem wichtig für Frauen, dadurch, dass wir ein Hormonchaos erleben und der Reproduktionsprozess, also im Endeffekt, dass wir unseren Zyklus haben und dass wir unsere Tage bekommen, nicht mehr essentiell ist und dementsprechend nicht fortgeführt wird, kann es zur sogenannten Amenorrhoe kommen. Also das ist das Ausbleiben der Blutung, das Ausbleiben der Periode. Besonders wichtig für die Frauen, es findet auch ein großes Hormonchaos statt. Und ihr wisst, womit die Hormone stark verwunden sind mit unserem Reproduktionsprozess. Das heißt im Endeffekt der Zyklus und unsere Tage. Das wird dadurch gestört und es kann dann halt tatsächlich sogar zur sogenannten Amenorrhoe kommen. Das ist das Ausbleiben der Regelblutung, die man dann eben nicht mehr bekommt. Das ist natürlich schon an sich nicht sonderlich gesund, denn im Endeffekt gehört das zu unserem Körper als Frau mit dazu. Allerdings ist auch die Folge davon, dass dadurch dann zum Beispiel weniger Östrogene produziert werden im Körper, dass wir eine geringere Knochendichte bekommen. Der Knochenstoffwechsel wird nämlich durch Hormone geleitet. Östrogen ist da zum Beispiel daran beteiligt, aber auch andere Hormone. Und wird dieser Knochenstoffwechsel, also die Versorgung ab und ab, an und auf und Abbau von Knochen nicht weiter vorangetrieben, dann kann es vielleicht sogar zur Osteoporose kommen. Also wir haben dann zum Beispiel im höheren Alter ein höheres Risiko, Osteoporose zu haben und dadurch zum Beispiel Knochenbrüche leichter zu erleben. Man kann nämlich bis zum ungefähr 25. Lebensjahr seine Knochenmasse bis zu einem sogenannten Bone Mass Peak nach oben treiben. Das heißt, ab dem 25. Lebensjahr hat man sozusagen das höchste Maß an Knochenmasse erreicht und danach geht es sozusagen nur noch bergab. Dem entgegenwirken oder sogar Knochenmasse aufbauen kann man zum Beispiel durch schweres Krafttraining. Verlieren wir aber unsere Regelblutung, nimmt dann die Knochendichte ab und eventuell sind wir dann im Alter einem größeren Risiko zur Osteoporose und eben Knochenbrüchen ausgesetzt. Ihr seht also, das ist wirklich nicht ohne zu wenig zu essen. Ich habe selbst einige Folgen davon erlebt und bin Gott sei Dank jetzt nicht mehr im Under-Eating, aber ich kenne sehr, sehr, sehr viele Frauen, bei denen das so ist und ich bekomme auch täglich Nachrichten von Mädels, die sich damit wirklich schwer tun. Also bitte dich an dieser Stelle, überleg wirklich mal, was ist deine Priorität? Ist es deine Priorität, nun vielleicht zwei Kilo weniger auf den Rippen zu haben oder ist es deine Priorität, dein Leben gesund und lange leben zu dürfen? Denn das, was bleibt, sind im Endeffekt Erinnerungen und Erlebnisse. Und wenn du deine Gesundheit dafür aufs Spiel setzt, vielleicht ein paar Prozent weniger Körperfett zu haben, ist das vielleicht nicht der Sinn des Lebens, wie er sein sollte. Für die eine oder andere, die vielleicht Angst vor dem Essen hat, ich bitte dich, schau dir mein Video zum Thema Angst vor dem Essen und wie du sie überwinden kannst an, denn das wird dir mit Sicherheit weiterhelfen. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich auf jeden Fall über ein Abo, ein Like und auch einen Kommentar gerne. Lasst mich wissen, wie euch das Video gefallen hat, was ihr euch sonst noch auf meinem Kanal wünscht und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Da wird es nämlich dann darum gehen, wie man das Ausbleiben der Periode angehen kann, also was man dagegen machen kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!